Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Schaltzeit zu kurz. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode und gilt für viele OBDI-Fahrzeuge ab 1996. Dies kann Fahrzeuge von Volvo, Mercedes-Benz, Ford, Dodge, BMW, Land Rover, Citroën, Peugeot und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl generisch, können die genauen Reparaturschritte je nach Jahr, Marke, Modell und Antriebsstrangkonfiguration variieren. Wenn Ihr Fahrzeug den Code P0895 gespeichert hat, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM ein Dateneingangssignal von den Eingangs- und Ausgangsdrehzahlsensoren empfangen hat, das angibt, dass das Intervall zum Schalten zwischen den Gängen nicht ausreicht, das Getriebesteuergerät TCM kann eine eigenständige Einheit sein, wird jedoch am häufigsten mit dem Motorsteuergerät ECM in ein einzelnes Gehäuse integriert, dies wird als PCM bezeichnet, das PCM verwendet Eingangssignale von mehreren Motor- und Getriebesensoren, um die Schaltstrategie des Automatikgetriebes zu berechnen, eine Hochdruckpumpe innerhalb des Getriebes drückt Flüssigkeit durch den Ventilkörper in die Klemmkörperanordnung, zusätzlich zum Schmieren und Kühlen des Getriebes, durch die Hochdruckflüssigkeit können sich die Kupplungen vorübergehend vom Klemmkörper lösen, so dass das Übersetzungsverhältnis reibungslos geändert werden kann, ein oder mehrere elektronische Druckregelungsmagnete EPC helfen bei der Regulierung des Flüssigkeitsdrucks, elektronische Drucksensoren EP liefern dem PCM relevante Daten zum Flüssigkeitsdruck an verschiedenen Stellen im Getriebe, elektronische Schaltmagnete werden verwendet, um den Fluss von Hochdruckfluid zu unterbrechen, so dass das Getriebe auf Befehl die Gänge schaltet, das PCM verwendet Spannungseingangssignale vom Getriebeeingangsdrehzahlsensor und vom Getriebeausgangsdrehzahlsensor, um zu bestimmen, ob das Getriebe effizient schaltet, wie bei vielen anderen Fehlfunktionen des Automatikgetriebes kann ein Schaltzeitcode des Getriebes durch einen elektrischen oder mechanischen Fehler verursacht werden, wenn das PCM feststellt, dass die Schaltzeit nicht ausreicht, kann ein Code P0895 gespeichert und eine Störungsanzeigelampe, Miel. Aufleuchten, was ist der schwere Grad dieses DTC, ein gespeicherter Code P0895 zeigt an, dass ein ernstes Schaltproblem erkannt wurde, Bedingungen, die dazu beigetragen haben, dass ein Code dieser Art gespeichert wurde, sollten so schnell wie möglich behoben werden, was sind einige der Symptome des Codes, zu den Symptomen eines P0895-Fehlercodes können gehören, unzureichender Getriebeöldruck, verzögertes und oder hartes Einlegen des Gangs, unregelmäßige Schaltmuster des Getriebes, ungewöhnliches Jammern bei der Übertragung, was sind einige der häufigsten Ursachen des Codes, Ursachen für diesen Code können sein, Hochdruckpumpe im Getriebe defekt, katastrophaler interner, mechanischer, Übertragungsfehler, Kurzschlussverdrahtung für EPC-Magnet oder EP-Sensoren, schlechter EPC-Magnet oder EP-Sensor-PCM-Fehlerhaft oder Programmierfehler Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P0895? Bei der Diagnose von Automatikgetriebe-Codes sollten Sie zunächst sicherstellen, dass die Getriebeflüssigkeit sauber ist und dass das Getriebe bis zum entsprechenden Füllstand gefüllt ist, wenn der Flüssigkeitsstand niedrig ist, suchen Sie die Ursache des Lecks und reparieren Sie den Zustand, Füllen Sie das Getriebe mit der empfohlenen Flüssigkeit nach und fahren Sie fort, wenn die Flüssigkeit übermäßig dunkel ist und stark nach verbranntem Reibungsmaterial riecht, muss sie ersetzt werden, dies kann erreicht werden, indem die Getriebewanne entfernt und der Drehmomentwandler entleert oder das Getriebe gespült wird, empfohlen, in beiden Fällen möchten Sie den Filter auch zu diesem Zeitpunkt ersetzen, Achten Sie beim Entfernen der Pfanne vom Getriebe darauf, dass eventuell darin gelandete Rückstände aufbewahrt werden, wenn die Pfanne relativ frei von Schmutz ist, können Sie davon ausgehen, dass die Kupplungen mechanisch intakt sind, wenn sich zu viel Reibmaterial in der Pfanne befindet und am Magneten haftet, muss das Getriebe von einem qualifizierten Techniker umgebaut werden, Zur Diagnose eines Codes P0895P0596 sind ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter DVOM und eine Quelle fahrzeugspezifischer Diagnoseinformationen erforderlich, ein Manometer für manuelle Getriebeflüssigkeit ist erforderlich, um den tatsächlichen Druck der Getriebepumpe Flüssigkeit zu überprüfen, Sie können Ihre Fahrzeuginformationsquelle verwenden, um ein Technical Service Building TSB zu finden, das dem Fahrzeugjahr, der Marke und dem Modell entspricht, sowie die Motorgröße, den gespeicherten Code und die gezeigten Symptome, wenn Sie eines finden, kann es hilfreiche Diagnoseinformationen liefern. Fahren Sie mit dem ersten Schritt der Diagnose fort, während das Getriebe mit der empfohlenen Flüssigkeit auf das entsprechende Niveau gefüllt ist, Schritt 1. Verwenden Sie das manuelle Manometer, um den Getriebeöldruck an der entsprechenden Öffnung am Getriebe zu testen, Wenn der Getriebeöldruck nicht den empfohlenen Spezifikationen entspricht, muss die Pumpe möglicherweise umgebaut oder ersetzt werden, in diesem Fall ist in der Regel ein Getriebeaufbau angebracht, wenn die Flüssigkeit innerhalb der Spezifikationen liegt, fahren Sie mit Schritt 2 fort, Schritt 2. Verwenden Sie den Scanner, angeschlossen an den Fahrzeugdiagnosestecker, um alle gespeicherten Codes und relevanten Standbilddaten abzurufen, Es ist eine gute Idee, diese Informationen aufzuschreiben, bevor Sie die Codes löschen, und dann das Fahrzeug zu testen, bis das PCM entweder in den Bereitschaftsmodus wechselt oder der Code zurückgesetzt wird, wenn das PCM zu diesem Zeitpunkt in den Bereitschaftsmodus wechselt, ist der Code intermittierend und möglicherweise viel schwieriger zu diagnostizieren, in diesem Fall müssen sich die Bedingungen, die zur Speicherung des Codes beigetragen haben, möglicherweise verschlechtern, bevor eine genaue Diagnose gestellt werden kann, Schritt 3. Wenn der Code sofort zurückgesetzt wird, müssen Sie im nächsten Schritt Ihrer Diagnose in Ihrer Fahrzeuginformationsquelle nach Diagnoseflussdiagrammen, PIN-Belegungsdiagrammen für Steckverbinder, Ansichten der Steckverbinderflächen und Verfahrenspezifikationen für Komponententests suchen, Schritt 4. Verwenden Sie den DVOM, um Spannungs- und Erdungskreise an den EPC-Magnet und EP-Sensoren zu testen, wenn Spannung und Masse erkannt werden, testen Sie den EPC-Magneten und die EP-Sensoren, alle Komponenten, die den empfohlenen Spezifikationen nicht entsprechen, sollten als defekt betrachtet werden, wenn die Komponenten funktionsfähig sind, testen Sie den Signalstromkreis, der in das PCM eingegeben wird, Schritt 5. Wenn EPC-Magnete und EP-Sensoren funktionsfähig sind und der Signaleingang vorhanden ist, testen Sie die Systemschaltungen mit dem DVOM, die Spannungsabfall-Prüfmethode eignet sich gut für diese Aufgabe, trennen Sie alle Steuerungen vom Stromkreis, bevor Sie den Widerstand mit dem DVOM testen, bei Fahrzeugen mit hoher Laufleistung kann es zu einem Ausfall der Getriebehochdruckpumpe kommen, den Übertragungsschaltzeitkurs können durch einen niedrigen Flüssigkeitszustand verursacht werden. auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020